Also im elektrischen Leiter haben wir pro Minute so viele Elektronen, es sind sehr viele, 2,5 mal 10 hoch 15 und gesucht ist die Stromstärke. Also gesucht ist schon mal klar. I ist gesucht, die Stromstärke in Ampere und dann haben wir pro Minute, das ist eine Zeit, t gleich eine Minute und gleich umrechnen in Sekunden die gute SI-Einheit. Und jetzt die Formel, in die wir, also die jetzt hier so verdächtig passend sein könnte, I ist Q durch T. Die Stromstärke ist Ladung pro Zeit, wie viel Ladung pro Zeit fließt vorbei. Gut, und Q ist noch das Problem, also was ist Q? Ich habe ja kein Q gegeben, sondern eine Zahl, aber ich kenne bei Elektronen die Ladung eines einzelnen Elektrons. Und diese Ladung macht man auch gern mit E-, das sind 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und diese 2,5 mal 10 hoch 15 ist nur eine Zahl, ich nenne die mal N, ja N für natürliche Zahl, 2,5 mal 10 hoch 15, ohne Einheit ist ja eine Zahl. Und ich bekomme diese Ladung, indem ich das multipliziere, weil ein Elektron hat diese 1,6 und 2,5 mal 10 hoch 15 habe ich, also ist Q gleich 2,5 mal 10 hoch 15 mal 1,6 mal 10 minus 19, aber für das Coulomb brauche ich ja noch Platz. So, und jetzt habe ich alles. Also die Ladung habe ich und die Zeit habe ich und jetzt einfach einsetzen und los geht's. Also I gleich Bruchstrich 60 Sekunden 2,5 mal 10 hoch 15 mal 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. So, Coulomb durch Sekunde kommt wirklich Ampere raus und dann kommt hier 6,675 ungefähr so, 6,675 mal 10 hoch minus 6, das ist dann Ampere. Runden ist noch wichtig. Also ich habe an der Stelle zwei Ziffern, die 2 und die 5. Also sollte ich auf zwei Ziffern runden, die Minute ist eigentlich nur eine Ziffer und trotzdem runde ich, also man könnte auch sagen nur eine Ziffer. Aber ich runde jetzt mal auf zwei Ziffern, erscheint mir eleganter. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder schreibe ich, das ist 6,7 mal 10 hoch minus 6 Ampere oder, das ist schon richtig, ja, ich weiß, das ist ja ein Millionstel. 6 Nuller ist eine Million, ja, dann könnte ich das auch schreiben als I ist 6,7 Mikroampere oder ich sage eben, diese Minute ist wirklich grob, ja, und dann ist es 7 Mikroampere. Ja, das würde ich jetzt alles gelten lassen. So.